Und die Jule, die nächste Kandidatin. Und zwar haben wir hier die internationale deutsche Meisterin der Klasse? Bikini 2. Bikini 2? Meine Herren, das war ja heute richtig atemberaubend. Das war ja spannend, wie eigentlich jede deutsche Meisterschaft. Und bist du zufrieden? Ich bin mehr als zufrieden. Ich hätte niemals damit gerechnet. Die Saison hat gezeigt, dass immer alles passieren kann und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr glücklich über den Sieg. Sehr schön. Wie geht es denn weiter bei dir? Bei mir geht es jetzt erstmal in den Aufbau. Wahrscheinlich ein Jahr lang, weil ich schon im Frühjahr gestartet bin. Deswegen brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Pause, um mich zu erholen. War eine sehr anstrengende, aber auch natürlich sehr schöne Saison. Und ja, wie gesagt, Erholung ist jetzt erstmal die Priorität Gesundheit. Genau. Ja, auf jeden Fall einen sehr guten, einfachen und bestimmten Weg. Genieß den Tag heute. Entspann das Ganze nochmal. Lass es nochmal sacken. Du bist internationale deutsche Meisterin. Und wir gucken mal, wen wir als nächstes vor die Kamera kriegen. Tschüss.